Toll, grad als der Kampf fertig war, hörte er auf zu labern und ich hab keine Ahnung, was er gesagt hat. Super. Ah, egal. Egal. Äh, nee. Wo zum... Äh, fick muss ich lang. Hier durch. Ja, anscheinend. Okay. Du hast den Mann gebrochen, aber all dein Geld auf die Gänsemutter zu setzen aneinander, ist ja nicht so, dass du noch nie auf die Nahls gefallen wirst. Du weißt, was ich meine. Gehen zum tollen Prometheus, die regeln, dass die Männer, du, ich, ein U-Boot und mehr, Adam, als du dir vorstellen kannst. Aha. Die Vision eines Mannes ist die Rettung der Menschheit. Nee, ich hab Lust, äh, Leute verbrennen zu lassen. Telefon. Oh, was, ich bin hier am Telefonieren, du Arschloch, was soll denn das? Na, komm her, ich burn dich. Das Feuer ist ja echt, ja. Was war denn das für eine Aussage? Ja, das Feuer ist sehr echt. Es tut auch echt weh. Nein, 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 okay, wir nehmen da mal die Krauchkugel, äh, Point, Prometheus, müssen wir gehen, oder? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Naja, passt schon, passt schon. Ja, nee, das müsste, das müsste das Richtige sein, Point, Prometheus. La, 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 la. Speicher vergangen, läuft. Okay, okay, du willst es also wirklich austragen. Ich bin dabei, aber ich habe das gesamte Ende der Stadt, mein Lieber, und ich habe auch vor, es einzusetzen. Ja, woran wartest du denn? Schnapp dir den Idioten! Ja, ach, der Typ, der da gerade vor uns war, das war er, oder was? Der ist ja immer stark. Ich habe da einfach so Hunger hoch. Ja, hier kann ich nicht durch, ne? Oder YOLO! Ja, so geht's auch. Der Tortell ist genau hinter mir. Ich habe seinen Anblick langsam satt. Ja, Tatsache, das ist er. Und Tatsache! Gibt's eigentlich mal von... Hoho! Ja. Das war's. Letzte Chance, Kleiner. Gib auf, dann überlasse ich diesen Schrotthaufen dir und deiner polnischen Verrückten. Wenn du nicht aufhörst, mache ich aus Rapture ein Aquarium. Scheiße, du hast ihn entkommen lassen. Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Ja, natürlich. Überhaupt kein Problem. Such einen Big Daddy und analysiere seinen Körper. Ich würde vorschlagen, du suchst dir einen, der bereits tot ist. Werde zu einem Big Daddy. Oh, das klingt doch geil, Leute. Siehst du das Steuersystem für den Abzug? Sehr gut. Nimm es dir. Das ist der erste Schrift, um selbst neuner Scheulekern, Big Daddy zu werden. Du kommst nur durch die Tür, durch die Portain gerade abgehauen ist, wenn eine Letozister sie für dich öffnet. Und die Letozister vertrauen dir nur, wenn du wie einer von diesen ekelhaften Brechern aussiehst, klingst und riechst. Oh. Alles klar. Das klingt doch nach einem Plan. Oh was, ich kann... Oh, das ist ja doof. Munitionsverbrauch. Ah, das könnte sich noch lohnen. Munitionsverbrauch, ne? Ja, das lohnt sich. Ja. Dann können wir ein bisschen mehr Feuer machen. Hier mehr Feuer. Feu, Feu. Hä? Wo ist die? Boah. Boah. Was war... Wozu? Boah, da. Nein, wo, wo ist der? Toll. Ich, ich, ich sehe einfach nichts mehr. Es ist einfach nur Baller, 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 Baller. Ey, ich habe nicht gespeichert, oder? Ne, habe ich nicht. Also, so... Ah, ne, ich habe nicht gespeichert, glaube ich, oder? Egal. Yolo. Äh... Okay, gut, ich lasse es mal. Was hast du vor? Du musst erst zu einem Big Daddy werden, bevor du die Little Sisters rauslocken kannst. Ja. Ich weiß nicht, was du hast, aber ich hatte doch gerade genau das vor. Sehen wir uns hier mal ein bisschen genauer auf. Oh! Ja, passt. So. So ein bisschen hier... So ein bisschen mehr Zeit verschaffen hier. Ah, naja, obwohl das passt eigentlich. Es gibt hier fast keine Blockaden. Die mit den meisten Blockaden, die sind auch am schwierigsten zu, äh, meistern. So. Sehr gut. Äh... Ja, das war doch ganz gut ausgewechselt. So, jetzt kann ich hier irgendwie einen Weg suchen. Okay, hier ist es erstmal falsch. Ja, dann hier. Ja, hier geht's lang. So. So. Und so. Und so. Und so. Und bitte noch einen zur Seite. Und es hat keinen. Ich kann also eine Kurve bauen. Yeah! Ich hasse das. So. Und nach oben. Links. Und nochmal einen nach rechts, bitte. Dankeschön. So. Das hätten wir auch. Was ist das? Pick da die Stiefel! Oh, toll. Nicht... Oh, das... Heilstation schnell speichern. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Okay, gut. Oh, ich mache so viele Geräusche wie im Big Daddy. Oh, das geht los. Voll krass. So, erstmal heilen. Und jetzt, äh... Oh, ne, ich hätte es zuerst hacken sollen, oder? Egal. So. La, 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 la. Ach, Gegner. Ja, irgendwie wäre jetzt Schadensforschung. Sie können... Sie müssen sie dort treffen, wo es wehtut. Äh, ermöglichen die Schwächung ihrer Gegner mehr als je zuvor mit ihrem Vorteil zu nutzen. Passt schon. Stickstoffgranate. Was sollst du? Oh, je sollst du? Good moment! Look! To deine Blaine! To deine Familie! You live with all so fair, get kleiner! Take a few dakika! Aber die da sind die dennzeit, so viel mehr mit der Welt! Hop! 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 Also er hat sowas in der Art gesagt, dass wir ein Experiment sind. Ja, so viel habe ich verstanden. Wahrscheinlich habt ihr eh etwa dasselbe verstanden. Oh, sie sind gekommen. Oder auch nicht. Oh, produktiver Erfinder. Hier hat schon eine nützliche Zeit vertreibende. Oh, Mann. Ja, endlich. Endlich können wir uns was kaufen. Wurde auch mal langsam Zeit. So, jetzt können wir hier auch mal ein bisschen auf der Kacke hauen. So, vor allem mehr Gesundheit. Und, da wollen wir erstmal statt dem hier. Der Gesundheitsupgrade auf jeden. Wie, wie? Ja, wir können uns extrem viel leisten. Das ist richtig geil. Ähm. Verringer Massive Dauer von Kamera-Alarmen. Beim Konstruieren von Objekten wird pro... Ja, nee. Wenn sie dann... Erhalten sie doppelte vier Exemplate. Jo, jo. Passt. So. Abtonika. Oh, von denen haben wir auch nicht... Von dann nicht viel. Ähm. Du nimmst weniger Schaden durch Feuer. Hier. So, abfackeln drei. Yes. Ähm. Insektencharum drei. Oh, Mist. Wir können uns das nicht mehr leisten. Schade. Egal gewesen. Ähm. Aber wir könnten uns schon einiges leisten. Also, das ist schon geil. Ähm. Ne, passt. So, beim nächsten Mal holen wir uns ein Winterblast 3. Ist doch super. Da, 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 da. Ähm. Hat die was? Oder der oder... Oh, was? Ist das überhaupt ein er oder ne sie? Nächste, sie. Nachdem Ryan die Kontrolle übernommen hatte, haben sie hier diese widerlichen Golems, diese Frankensteine, erschaffen. Suche die Einschützeile des Abflusses und prüle sie den Zusteten. Äh, los hier bei Ehenlein. Helf mir, ihn zu töten. Oh, was? Was, du lebst noch? Ich hau dich zu brei, Alter. Das funktioniert ja wirklich. Tschüss. Ach, gut. Ne Bienenlein haben, hm, toll weitergeholfen. Oh, sehr gut. Dann können wir hier auch gerade ein bisschen mehr Kameradengesellschaft haben. Ah, hier ist ein Weg durch. Alles klar. So, ähm. So. Nach unten. Und ne Kurve. Oh, bitte. Nach mal ne Kurve. So, sehr gut. Ah, ne. Hier ist eine. Hab ich nicht gesehen. Äh, und zwei nach oben. Dann haben wir's. Sollen wir gerade alle drei mitnehmen? Das wär auch geil. Ich sag bloß, die sind alle gleich aufgebaut. Ne, doch nicht ganz. Ich dachte schon, das wär ja ein bisschen langweilig. Wenn der Spieler jedes Mal das selber machen müsste. Äh, so, ähm. Ne, bitte nochmal eins nach unten. Zur Seite. Fertig. Man kann ja echt mehrere haben. Voll geil. Aber das ist ein bisschen viel, ne? Ich kann die nicht alle gleichzeitig mitnehmen. Ne, ne. Zwei reichen mir. Ich glaub, viel mehr als zwei geht auch gar nicht. Ja, ne. Zwei sind in Ordnung. So, äh, wir sind von hier gekommen. Ja, lass es mich mal durch. Bam. La, la, la. Uh. Das sieht auch cool aus. Was ist das hier? Fehlende Stiefel. Ah, das erklärt die Stiefel. Oh. So, jetzt hacken wir mal die Eventmaschine. Schnell, 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 schnell. Kurve, 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 Kurve. Schnell, ich brauch ne Kurve. Ich brauch ne verdammte Kurve. Ansonsten bin ich tot. Und fertig. Zack. Ah, ne, jetzt dürfen wir nicht zu viel machen. Nicht wie beim letzten Mal. Das war nicht so gut. Gut, ein Auto weg. Also zwei Auto. Ja, wo kann ich die jetzt? Ah, ne, die... Ach, die hab ich jetzt. Ähm. Trinke. Beim Trinken von Alkohol wenigen werden kleine Mengen EVV hergestellt, statt entzogen zu werden. Okay. Äh. Ja, bloß. Oh, fuck. Äh. Wann war unser letzter Speicherspanse stand. Ja, egal. Dann nehm ich den allen Safe. Sorry, Leute. Ich will nicht so viel... Ressourcen umsonst verschwenden. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. So, lo, 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 lo. Oh, was ist denn da hinten? Ähm... Boah! Junge! Junge! Hör auf damit! Hör auf, mich zu beschießen! Das ist uncool! So, äh... Hier... Da lang, da lang. Oh, toll! Wie soll ich das jetzt machen? Hier sind nur Kurven. Na gut, dann muss ich mich hier durch... Hä, wie soll denn das... Wie soll ich denn das machen? Ähm... Ah, so... Oh, scheiße. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das könnte ein bisschen knapp werden. Ne, scheiße. Das wird nichts mehr, Alter. Ich hab keins nach oben. Und ich bräuchte eins. Scheiße. Nein! Alter! Ne. Ja, shit. Egal, lassen wir es gut sein. Gut, das war ein Fail-Hack. Richtig Hardcore-Fail-Hack. Töten wir dich halt, meine Güte. So. Maaann. Muss man alles auf die... barbarische Art tun. Anders geht's nicht. Das Hacken hat ja nicht funktioniert, also von daher. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's mit Let's Play Bioshock. Ich verspreche euch, die nächste Aufnahme-Session kommt ein bisschen früher. Ich hoffe, ihr habt... Und ich hoffe, ihr freut euch auf die Parts. Und ja, man sieht sich dann im nächsten Part. Ich bin euer MrSasky63 und wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Tschüss.